. Zum letzten Mal für den heutigen Tage heißt es, es ist Zeit für ein Duell, auch hier bei uns im Featured Match. Runde Nummer 10, die letzte Swiss-Runde für heute, dann natürlich morgen noch gefolgt von zwei weiteren. Aber es liegt jetzt hier an diesen beiden Spielern, die bis jetzt unglaublich stark im Turnier unterwegs sind. Denn nicht nur der Joshua, der natürlich der klangvolle Name ist hier, konnte acht Siege schon erreichen, sondern auch sein Gegner Henrik. Ja, der Name ist natürlich wie musikalisch in meinen Ohren, könnte man fast sagen. Das ist nämlich auch genau das Deck, das er spielt. Und es ist direkt erstmal ein Uphill Climb, denn wir sind going second gegen die Schlangenauge-Strategie. Und da haben wir ja heute schon einige Techniken gesehen, aber Henrik sieht gar nicht so zufrieden aus. Ist das nicht normal schon? Nein! Oh, er setzt zwei verdeckt und Joshua nickt mit dem Kopf, sagt, so machen wir es, so können wir es angehen. Und er kann hier direkt jetzt mit einem freien Feld vor sich und das Lied, der das musikalisch steckt. Nicht nur auf der eigenen Seite frei, sondern auf der anderen Seite auch. Ostinato, First Move and Solo und da ist First Move and Solo direkt. Damit wird losgelegt, Henrik, falls sich die Neuigkeiten noch nicht zu ihm haben rumgesprochen, wird jetzt hier gegen das musikalische Deck spielen. Und tatsächlich, wenn First Move and Solo aktiviert wird, ist auch klar, dass es wirklich das musikalische Deck ist. Weil es gibt ja, du hast ja auch zum Beispiel ein bisschen geliebäugelt, das mit deinem neuen Lieblingsdeck zu paaren, nämlich mit dem Voice is Voice Deck. Oh, eine Effektverschleiererin. Irgendwas muss ja in der Hand sein von Henrik übrigens. So ist es, so ist es. Aber wenn man diese Karte sieht, First Move and Solo, die stellt eben sicher, dass man wirklich nur noch musikalische Monster beschwören kann für den Rest des Zuges. Aber die Effektverschleierung wird nicht resolven, denn wir beantworten das mit dem Herold des orangenen Lichtes und Henrik. Der schmeißt eine Aria ab. Die ist ganz gut im Friedhof tatsächlich. Da ist direkt... Ist aber auch noch die unendliche Unbeständigkeit, ja. Ist das vielleicht auch ein Handtrap-Pass vom großen Joshua Schmidt hier? Der Refrain singt sich ganz gut. Wir geben direkt ab. Kann Henrik... Ah, nee, wir geben überhaupt nicht ab. Da ist der Pot of Desires. Ich glaube, es war einfach nur gezeigt, ey, das ist die Kolumne, die Zone, in der die Impermanence aktiviert wurde. Da aktiviere ich mein Desires jetzt nicht rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und das Ergebnis einer Ash Blossom oder auch nicht. Nein, ich glaube, Henrik nickt es ab. Wir dürfen... Und ich muss sagen, wirklich, das Deck konnte ja schon eine Nationalmeisterschaft gewinnen in Schweden in den Händen von Herman Hansen, der sich zum dreimaligen schwedischen Nationalmeister gemacht hat. Alter Vater. Definitiv. Alter Schwede. Und ich war von Anfang an so ein bisschen, wow, so ein bisschen überrascht davon, dass dort tatsächlich der Top der Begierden so seine Heimat in diesem Deck jetzt gefunden hat. Weil da sind ja schon einige Karten, die du nur einmal spielst. Und trotzdem scheint das Deck wirklich, ohne die Karten auch, für den Moment, wo man sie manchmal auch verbannt, trotzdem noch wie eine Eins zu funktionieren. Guck dir das an. Die doppelte Refrain. Oben und unten in der Pendelungszone und aber auch in der Monsterzone haben wir jetzt Refrain. Dankeschön. Ich habe deine Augen, habe mich schon aufgegessen. Alles zusammengezogen. Das war ganz, ganz schlimm. Aber, ja, sieht man jetzt hier direkt aktiviert. Und da muss man einfach mal sagen, oh, das musikalische Konzert ist auch direkt am Start. Man sieht ja, was das Deck auch einfach nur mit der Main Engine macht, wenn man in manchen Decks guckt, nachguckt, was einfach nur ein Ostinator tun kann. Ja, Ostinator, dann spielst du Refrain und Couplet. Und dann war es das auch schon. Von daher funktioniert das Deck. Oh, das Moonlight Shield. Irgendwas muss ja hätten Hendrix Hand sein. Da kommt erst mal direkt die eine Refrain, die sich für die nichts Geld setzt. Genau. Der Effekt wird im Extradeck aktiviert. Der Effekt von Bacher kann er jetzt nicht resolven. Und für die Leute, die sich fragen, warum guckt mich Leonard König denn da so streng an, während ich da Refrain gesagt habe. Natürlich sind all diese Musikalischkarten inspiriert von Musikern. Und da ist jetzt die Bacher auf dem Feld, offensichtlich inspiriert von Bach. Und dann sehen wir jetzt eben den Refrain. Inspiriert von allen Liedern. Genau. So nämlich. Interprett alle. Schaut ihr das an. Wir haben kein einziges Refrain verbannt mit dem guten Topf der Begierden. Und dann kann man es natürlich machen. Ja, da wird auch noch eine Refrain auf den Friedhof gelegt. Ja. Genau so ist das. Und wir dürfen in die Battleface gehen, die es aussieht. Also wird gekloppt. Ja. Bacher gar nicht so stark auf der Brust, wie man es vermuten würde für ein Fusionsmonster. Es sind nur, naja, 2000 plus 100 ist gesund, würde ich sagen. Ja, und es wurde natürlich auch noch gepusht durch den Refrain-Effekten der Escape. Das stimmt, aber jetzt kein großes Konzert, würde ich mal behaupten. Ja. Es ist ein Fest, wirklich Leute. Absolut. Das sind Steilvorlagen nach Steilvorlagen, die wir uns hier gegenseitig geben. Und Henrik stellt nochmal sicher, ob jetzt vielleicht, jetzt wo der Zug vorbei ist, wo Morne nicht mehr aktiv ist. Oh. Und Snagg-Eye, er schlägt hier ins Solo hinein, tut es nicht. Da ist die Infinite im Power. Da ist der Crossout-Designator. Und das ist natürlich der Top-Deck schlechthin. Und ich glaube, Josh hat eine Handkarte dann nur noch. Und wenn das jetzt hier so ins Rollen kommt, dann könnte das hier der komplette Tempo-Wechsel in diesem bis jetzt doch seichten Walzer sein. Und es könnte hier doch dann ganz, ganz schnell zum Cha-Cha-Cha ausatmen. Und wir sehen, Pappel wird gesucht. Sucht sich dann jetzt auch die Spielfeld-Zauberkarte. Ja, und dieses Play resoniert einfach mit mir. Das muss man auch mal dazu sagen. Jetzt kann sich Snake-Eyes, Diabellster in die Spell-Trap-Zone gelegt werden. Das ist jetzt schon Extender über Extender. Und Joshua gefällt das gar nicht. Absolut nicht. Es sah so gut für ihn aus, nachdem sein Gegner einfach zwei Karten gesetzt hat und dann geperst hat. Aber er konnte eben Josh so weit zurückhalten, dass er jetzt hier sich das erlauben konnte, noch eine Karte von seinem Deck zu sehen. Und es war eben die Karte, die du immer sehen willst in diesem Deck. Es war die Esche und die macht jetzt hier riesengroße Probleme für Joshua Schmidt. Ein Riesenradau könnte man fast sagen, dass der Flamberg-Dragon ist. Das hat schon seinen Grund, warum dieses Decken absoluter Hit ist. Denn wenn du einfach nur Snake-Eyes hast, die Schlangenauge-Esche, dann kannst du dadurch alles durchspielen. Außer es sind Interruptions. Aber wenn man sich um die kümmert, dann funktioniert das natürlich so. Und jetzt gehen wir schon in einen Ding zwei. Und Joshua, ich weiß nicht, wenn da jetzt nicht unbedingt ein Super-Nibiru in seiner Hand ist, dann klingt das schon fast so... Okay, Moment. Wir werfen Oak ab. Aber das Schöne ist ja, Eiche können wir jetzt auch direkt wieder zurückholen, dadurch, dass sich der Flamberg erst danach aktiviert. Okay, der Phönix wird resolven, entledigt sich schon mal Refrain. Ja, jetzt ist dann die große Frage, ist dann gleich, ob das nicht doch ein Nibiru in der Hand ist. Weil das könnte tatsächlich noch was werden. Da ist, glaube ich, kein Feuermonster, soweit ich weiß, im Friedhof von Joshua Schmidt. Also rein theoretisch hat er dann auch noch den Effekt von Bacher, die dann ein Melodius-Monster aus dem Friedhof in die Verteidigung spezial beschwören könnte. Aber wir spielen jetzt hier erstmal mutig weiter. Ja, aber ich meine, fairerweise ist natürlich Flamberg auch ein Weg, womit man das umgehen kann. Man kann ja vielleicht die Bacher einfach in die Zauber- und Fallen-Kartenzone packen. Sogar noch eine Pendel-Umzone damit blocken, gewissermaßen. Also kann man sogar noch die Engine des Gegners stoppen, theoretisch. Boah, das ist krass, ja. Joshua erlaubt den Effekt der Promethanischen Prinzessin. Da ist jetzt eben der Flamberg-Drache. Und alleine das, guck mal, wenn wir da jetzt die Bacher zurückpacken, ich glaube auch, das könnte schon genug sein, um das Spiel hier zu beenden. Bacher geht in die Zauber-Fallen-Kartenzone. Und ich glaube, hätte er Nibiru, dann hätte er das jetzt aktiviert, denn die würde er gerne im Friedhof haben wollen. Was für ein Puzzle-Baum, würde ich fast sagen. Wir haben uns einfach komplett in die andere Richtung nochmal gedreht mit dieser einen Karte, die das Ganze dort herumgerissen hat. Snake Eye, Ash einmal mehr gezeigt und im allerwichtigsten Moment dazu Stelle gewesen. Richtig krasses Riff, das die Schlangenauge-Asche da hingelegt hat. War wirklich, ich meine, wir kennen alle die One-Card-Kombos, die man mit der Karte machen kann. Aber man kann es sich auch einfach machen. Du musst nicht unbedingt Alpi-Maskeräne hinlegen und den ganzen Firle-Fanz-Schnick-Schnack. Lass es alles sein. Einfach bewährt sich da. Wir nutzen Tempel, weil Tempel 1100 Push auf jedes Level-1-Monster gibt. Und dann haben wir da noch den Flamberg. Dann liegt da noch ein Monster, eine Prometanische Prinzessin. Und dann reicht das auch schon, wenn du die Bacher noch in die Spell-Trap-Zone legst. Das ist einfach. Man spart sich auch Zeit, man spart sich auch Gehirnzellen, die man benutzt. Ich meine, die verliert man nicht, wenn man spielt. Aber man spart sich die Konzentration, die man wann anders brauchen könnte. Ja, tatsächlich. Also wirklich, man dachte, Joshua hat ein einfaches Spiel gegen diese zwei verdeckten Karten. Man dachte quasi, es ist schon vorbei. Ah ja, ein weiterer Sieg im Kapitel Joshua Schmidt. Ja, aber nein. Da war dann doch nochmal der Hendrik und hat das umgedreht. Wir spielen nicht dasselbe Lied nochmal. Tatsächlich nicht. Während wir hier jetzt gerade dieses Featured-Match sehen, aber jetzt hier im Side-Deck-Prozess sind, wo wir im Moment Zeit haben, ein ganz spannendes Lied wird auch an Tisch 1 gespielt. Tatsächlich im Turnier gerade für die Zuschauer zu Hause eine spannende Info, wie ich finde. Und vielleicht für morgen dann auch nochmal jemand fürs Featured-Match. Stennen auf seiner ersten deutschen Meisterschaft, der Simon am Tisch 1 mit 14 Jahren und deinem absoluten Lieblings-Deck. Großer Lamander unterwegs. Also das ist ein absoluter Hit jetzt schon tatsächlich. Ja, und da drücken wir natürlich alle richtig die Daumen. Wollen wir sehr, sehr gerne morgen auch noch im Featured-Match sitzen. Ich glaube tatsächlich, wenn er noch eine Runde gewinnt, dann könnte das schon der Lock-In für den Top-Cut sein. Dann ist es völlig egal. Ich glaube schon, kann er auch schlafen morgen. Ja, super. Wobei, ich glaube, wenn du nicht am Tisch erscheinst, dann wirst du tatsächlich rausgeguckt. Das könnte sogar sein. Da lässt du dann aber deine Verbindung spielen. Die hat der Mann mit 14 Jahren ja natürlich auch schon. Da ist man gut connected. Da kennt man die Judges. So einen Quatsch wollen wir hier gar nicht erst erzählen. Also so fangen wir hier gar nicht erst an. Nein, der wird morgen noch auftauchen. Dann geht er da 12-0 durch das Ding durch. Wird da nicht fluchtes Anubis in der ersten Runde vom Top-Cut. Und dann haben wir da den Salat. Ja, aber macht dir doch mal einen Begriff. Der Mann hätte letztes Jahr noch Dragon-Duel spielen können. Das ist jetzt seine erste deutsche Meisterschaft. Weißt du, wie ich mit 14 Yu-Gi-Oh gespielt habe? Also hätte es da schon großer Lamander gegeben, hätte es dir wahrscheinlich auch schon großer Lamander gespielt. Ja, das ist richtig. Ich habe einmal einen zweiten Platz auf Locals gemacht. Da habe ich auch gegen Oliver Lukender gespielt. Und der hat mir den Titel da weggenommen. Das fand ich ein bisschen ärgerlich. Aber es hat trotzdem riesigen Spaß gemacht. Glaube ich dir gerne. Der Mann hat, glaube ich, jetzt hier auch riesigen Spaß. Also ich muss wirklich sagen, die Vorstellung alleine für mich als 14 Yu-Gi-Oh, das wäre wirklich cool gewesen. Ich stelle dir mal vor, 2000 Leute. Und alleine, ihr seid hier nicht in der Halle. Aber bei den Top-Tables natürlich, wo er jetzt ist, er spielt am Tisch 1. Da bildet sich ja alleine schon so eine riesengroße Gruppe an Menschen, die alle sehen wollen, was ist da los. Du sitzt dann ja auch hier in den größten Namen in der Yu-Gi-Oh-Szene. Natürlich. Ist man auch ein bisschen starstruck, bin ich zumindest jedes Mal, wenn ich die Leute sehe. Ja, scheinbar nicht. Sprechen wir weiter von Stars. Henrik und Joshua sind hier auch gerade absolut gut dabei. Und die sind ready nach dem Zeitpunkt. Wir gehen in Game 2 rein. Und das wird jetzt dieses Mal natürlich von Joshua, Joshua, Joshua Schmidt eröffnet dann hier. Und kann er das gut tun? Oh, er fängt erst mal mit Couplet an, wo ich tatsächlich keinerlei Referenz habe, aber da bist du ja der Musik-Experte. Bin ich auch das. Ich glaube, es ist Couplet und das ist so ein, ich lebe mich jetzt weit aus dem Fenster. Das hat irgendwas mit Sonaten zu tun. Oh, cool, ja. Und da wird jetzt aber erst mal dann Melodius Concerto gesucht. Wir gehen weiter ins musikalische Konzert. Und müssen wir auch gleich aktivieren. Das ist tatsächlich. Also es sieht ein bisschen unbeholfen aus der Stadt, weil normalerweise möchtest du eigentlich sicherstellen, dass du anfängst, entweder mit First Movement Solo oder eben mit der eigentlich stärksten Karte des ganzen Decks, Ostinato. Aber solange du Bacca aus Feld bekommst, ist eigentlich, oder Bacca ist eigentlich alles, alles Tutti, sag ich mal. Also das ist wirklich die Karte, das ist, oh, unendliche Unbeständigkeit ist weiterhin eine unfassbar gute Karte. Das muss noch jemand dem Leonard aus 2017 sagen. Da habe ich nämlich noch, äh, nee, 2018 habe ich noch an Stream gesagt, dass ich die Karte nicht gut finde. Und Joshua geht es weiter nach dieser unendlichen Unbeständigkeit. Tatsächlich spielen wir wohl den Link 1. Ja, das müsste der Gravity Controller werden hier. Das heißt, wir haben zumindest die Möglichkeit, über diesen Schwerkraftbeherrscher jetzt hier den Friedhofseffekt von der Bacca dann zu triggern. Ja, und damit können wir die Aria aus dem Friedhof in Verteidigungsposition beschwören, die jetzt aber auch erstmal nicht so viel tut. Ja, da sind gar nicht so viele musikalische Monster, die von ihrem Protection-Effekt profitieren könnten. Richtig. Für den Moment. Muss ich selbst, macht sich eine gute Zeit. So ist es, aber wir können eben auch den Effekt von Konzert benutzen. Und legen sie unter Stack zurück, um dann eine Karte zu ziehen. Und vielleicht ist das jetzt ja die Karte, auf die wir gewartet haben. Tatsächlich sind jetzt aber eben gerade die starken Karten, die ich angesprochen habe, keine guten Draws mehr. Ostinato macht gar nichts mehr. Auch die gute alte First Move und Solo tut nichts. So ein Pot of Desires macht aber eine ganze Menge. Der zieht nämlich zwei Karten anstelle von meiner. Aber diesmal nicht. Da sind wir wieder beim traurigen Sommer. Diesmal auch für Joshua Schmidt, die freudige Frühling und Aschenblüte. Falsch rum diesmal. Oh, oh, ring, ring. Wer ist es? Es ist das Grab. Und tatsächlich sehen wir diese Karte unglaublich oft an diesem Wochenende, habe ich das Gefühl. Dafür, dass die Karte auf 1 limitiert ist, sehen wir die gefühlt in jedem Spiel, habe ich so das Gefühl. Das stimmt, aber sie ist auch fast in jedem Deck. Die Karte ist unfassbar stark. Sie ist omnipräsent, möchte ich fast meinen, um auch mal eine Karte und geben ab. Obwohl der Desires durchgekommen ist. Also viel besser kann das für Henrik gar nicht laufen. Der hat jetzt, muss man dazu sagen, er hat jetzt vier Handkarten, um zu spielen. Und Joshua hat noch einiges an Handkarten. Ich habe vorhin eine Ghost Morn und Moonitchill gesehen. Und der hat zuerst mal gefragt, was der Gravity Controller kann. Da muss nochmal sichergestellt werden, dass da auch nichts übersehen wird. Das ist natürlich auch wichtig und richtig an der Stelle von Henrik. Weil, ich glaube tatsächlich, der sagt ja, der erste Kampfschaden, der irgendwie passiert in dem Zug, wird einfach, also nicht annulliert, aber er passiert einfach nicht. Und wir fangen hier an mit dem Leuchtfeuer. Wenn er überrannt wird oder wenn er kämpft, dann packt er da andere Monster mit aufs Extra Deck. Also bounce das. Okay, alles klar. Dann suchen wir uns jetzt hier direkt mal wieder die Schlangenauge Esche. So, jetzt haben wir es. So, Leuchtfeuer, es läuft. Esche ist da. Jetzt haben wir eine gute Zeit. Darf auch die Resolven jetzt hier. Ja, das darf sie. Okay. Also, keine unendliche Unbeständigkeit da verdeckt, weil wir sind uns sicherlich einig, die wäre hier benutzt worden sofort. Und jetzt wird vielleicht der Ghost reingemont. Oder sagt sich Joshua, das ist erstmal noch nicht die Bedrohung, vor der ich so viel Angst habe, dass ich da eine Karte rein investieren muss. Dass ich einen Monster-Effekt darauf aktivieren muss. Dass ich theoretisch... Nein, wir tun das. Wir wollen verhindern, dass der Tempel da aktiviert wird. Ich meine, der Tempel ist eine unfassbar gute Karte. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Das Ding ist nur, wenn du Ghostmoner benutzt, die Esche, die kann immer noch spielen. Du kannst jetzt hier ganz entspannt auf eine Anima gehen und dann legst du das Pappel aus der Fallenkartenzone mit weg. Aber das wird er ja sicherlich auch auf dem Schirm haben, der Joshua Schmidt. Und? Oh, das ist eine Fallenkarte. Und es ist die Rivalität der Kriegsherren. Und auch ein Joshua Schmidt bedient sich dieser Technologie. In seinem Side-Deck tatsächlich hat er sich reingesightet. Viele, die so ein Deck spielen, was auf einem Typen beruht, spielen ja mittlerweile sogar Main-Deck. Aber Joshua zeigt die Karte. Und jetzt sehen wir auch, warum ein Moonlit-Shield aktiviert wurde. Nämlich will man nicht, dass die Monster durch den Tempel mehr Angriffspunkte bekommen. Denn so kann keiner über die Aria rennen. Ich glaube, über die Aria kann sowieso keiner rennen. Das habe ich kurz vergessen. Ja, es wird abgegeben. Joshua konnte sich jetzt hier durch diese Rivalität der Kriegsherren einen gesamten Zug erstellen. Und jetzt kann eben wieder der Effekt von Coplet in der Pendelum-Zung aktiviert werden. Wir suchen uns ein weiteres Konzert. Und mal gucken, wo die Reise jetzt hier in diesem Zug hingeht. Mit Konzert kann man hier wirklich gut arbeiten. Man kann jetzt ja auch Coplet und Aria einfach wegfusionieren, wenn man das will. Vielleicht hat man noch was anderes, was man da benutzen möchte. Schauen wir uns das erst mal an. Oh, allerdings, Sonata wird dort aus der Hand benutzt für die Fusionsbeschwörung. Jetzt dann einmal mehr. Darf denn bitte jetzt auch einmal die Bacher hier ihren Effekt resäuven. Weil wenn die ihren Effekt resäuven, dann heißt es ja auch, dass alle anderen Melodius-Monster für den Rest des Zuges beschützt sind. Und das darf sie scheinbar... Ja, sie darf es. Sie darf es in der Tat. Und das ist jetzt eine Erleichterung natürlich für Joshua. Er hat schon die Rivalität der Kriegsherren, die ihm hier absolut Rückenwind gibt, die ihm hier den ganzen Zug gesichert hat. Vielleicht schon das ganze Spiel ehrlich gesagt gesichert hat. Bis jetzt sogar noch Nibiru-Proof. Das kommt noch dazu. Allerdings, und jetzt kann er sich hier ausleben. Völlig frei beschwört er hier. Refrain. Refrain sucht sich eine weitere Karte auf die Hand. Können wir gerade nicht ganz. Ist das eine Sonata, die er sich da auf die Hand geedit hat? Das wäre gut möglich. Ein schöner Extender kann man einfach rein spezial beschwören. Nein. Das ist erst mal Soprano, die da beschworen wird. Und Henrik guckt sich da nochmal seine Hand an. Hat er da noch irgendwelche Aktien jetzt hier in diesem Spiel? Oder wird das Ganze jetzt hier von Joshua an sich gerissen? Er dreht dort jetzt alle Monster lang. Und da ist aber tatsächlich Sonata. So hat er sich wahrscheinlich genau diese gesucht. Und wir werden jetzt dann dort in die Wettbewerbs gehen. Das ist das Schöne an Sonata. Das ist so witzig. Es ist ein Extender. Ja, aber es kann eben auch die Angriffspunkte von allen anderen Monster erhöhen. Und das sind genug Angriffspunkte für Joshua Schmidt, um sich hier dieses zweite Spiel zu sichern. 1 zu 1. Er hält sich hier im Rennen. Und er will hier, glaube ich, wirklich, er will gar nicht sich in die Bedrohle bringen lassen, dass er morgen irgendwie zu zwei in den Tag rein starten muss. Ja, da hat er keinen Bock drauf. Der will hier entspannter lieber das Ganze mit einem X-1 nach dem ersten Tag abschließen. Ich sag mal so, der 500-Angriffspush von Sonata für alle Feen ist nicht der Grund, warum man die Karte spielt. Aber es schadet auch wirklich nicht. Ja, also ich hätte vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass solche Effekte immer noch so relevant werden wieder. Aber es passiert mehr und mehr, dass manche Karten einfach nur so einen kleinen Attack-Push drauf bekommen. Und das bringt die ganzen Decks noch stärker nach vorne. So eine Aria mit 2.100, viel gefährlicher auch immer. Definitiv. Also ich meine, in der Kombination sind die Karten, dann machen sie die Musik. Und von daher kann man wirklich einfach nur sagen, das Deck ist noch nicht so richtig auf der großen Bühne angekommen. Jetzt hier gerade bei uns wird es auf der großen Bühne gespielt. Aber es hat halt auch nicht die großen Ergebnisse gehabt. Und vielleicht ist das jetzt hier der Anstoßstein für die gesamte Community, wenn sie sagen, wenn sie sehen, Joshua Schmidt hat sich für dieses Deck entschieden. Und vielleicht wird das jetzt der Moment sein, wo alle auf das Deck raufspringen. Hermann Henson hat ja schon seine Nationals damit gewonnen. Aber Hermann Henson ist ja auch dafür bekannt, dass er eher verrückte Decks spielt, die eigentlich man nicht jedem in die Hand drücken kann. Ich meine, der Mann war Zweiter auf einer Remote YCS mit Käfer-Kavallerie. Der Mann hat die B-Trooper gespielt, hat sich gedacht, ey, weißt du was, die Karten sind cool, dann schmeiß ich noch eine Destiny Fusion rein. Und dann läuft der Lachs oder der Käfer an der Stelle und ist damit absolut fast ganz durchgerannt. Und jetzt ist Joshua Schmidt hier und der ist ja schon eher dafür bekannt, dass er das Deck spielt, was er für das Beste im ganzen Raum hält. Außer auf der YCS Bologna. Da hat er sich gesagt, ich spiele einfach das Deck, auf das ich am meisten Bock habe. Und es hat auch funktioniert. Also eigentlich kann er machen, was er möchte. Tatsächlich, der Mann hat mittlerweile Narrenfreiheit hier in der Community als Vierfacher YCS Champion natürlich und auch obendrein natürlich als Weltmeister. Und man muss natürlich auch das ein bisschen einordnen, die schwedische Meisterschaft, gute 100 Spieler. Ich glaube, irgendwie so um die 130 waren es am Ende, die deutsche Meisterschaft. Dann legst du nochmal 2000 drauf, ist natürlich nochmal ein anderer Faktor. Dann gucken die Leute nochmal anders drauf, wenn da auf so einem Event natürlich so ein großer Erfolg vielleicht verbucht werden könnte. Und in den Händen von Joshua Schmidt sind dafür natürlich alle Gegebenheiten da. Aber wir können ja jetzt noch nicht den guten alten Henrik hier aus dem Match abschreiben. Der darf anfangen mit seinem Snake-Eye-Deck. Bisher hat das First-Turn-Spielen für keinen der beiden Spieler so wirklich gut funktioniert. Also ich meine, sie haben beide gewonnen, wenn sie first gegangen sind. Aber die Kombos, die man sich so erhofft hat, die sind da bisher noch nicht passiert. Aber jetzt vielleicht auch mal eine Hand mit mehr als nur einer Schlangenauge, Esche. Vielleicht noch ein Extender dabei und dann kann man da auch mal durchgehen. Aber die Spieler sind beide ready. Wir gehen jetzt in die letzte Runde Swiss ins Game 3. Also noch einmal auf zum Tisch. Joshua oder Henrik, wer kann den Tag mit 9 zu 1 abschließen? Diesen langen Tag mit 10 Vorrunden direkt am ersten Tag. Henrik hat auf jeden Fall sofort mal eine Karte, mit der in der Theorie einiges möglich sein kann. Er fängt hier an mit dem Leuchtfeuer, kann also besser anfangen als noch im ersten Spiel. Da habe ich schon ein paar Karten auf der Hand von Joshua gesehen, die ja so ein bisschen sagen wollen, dass du das mal lassen solltest, Henrik. Denn die... Oh, schon wieder! Das ist unfassbar. Ring, Ring. Besser. Das Grab! Wow! Das gibt's doch echt nicht. So lange nicht mehr gesprochen. Wie geht's dir? Ja, tatsächlich. Und es wird jetzt hier auch die Effektverschleierin negieren. Und also wirklich, wie oft diese Karte hier im Featured Match ist, ist es einfach verrückt. Also, Cold by the Grave ist auch eine der besten Karten im Spiel. Ja, wenn du anfängst, dann willst du sie unbedingt haben. Erstens, entweder um Handtraps rumzuspielen oder du willst sie nutzen, um einen gegnerischen Spielzug zu machen. Und gegen manche Decks ist sie einfach auch Going Second so gut. Du kannst damit eine Promethean Princess rausnehmen. Die Karte hat immer ihre Anwendung. Deshalb ist sie einfach auch in fast allen Main Decks. Genau so ist es. Und da wird jetzt auch noch der Tempel aktiviert. Der Tempel sorgt dafür, dass jetzt auch die Snaker Diabels da dort und in den Zauber und Feindkarten zurückkommt. Aber der Hero des Orangenen Lichtes wird benutzt, wirft Refrain ab und kann tatsächlich jetzt hier dann dafür sorgen, dass die Esche nichts beschwört im Umkehrschluss. Und ehrlich gesagt, ja, das vom Grab herbeigerufen auf die Effektverschleierung war cool. Aber stell dir mal vor, es wäre auf den Hero gekommen. Weil das wäre wirklich eine Interaktion gewesen, die wäre sehr, sehr stark gewesen. Zwei Karten, wenn investiert. Und dann aber... Ich glaube, da kommt nichts mehr, weil ansonsten, wenn du was zum Weiterspielen hast, dann schmeißt du das Cold by the Grave dann nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir können jetzt zumindest noch den Effekt benutzen von unserer Snaker Diabels da. Aber da ist weder ein Feuer noch ein finsternes Monster im Friedhof von Joscha. Das bedeutet, er muss sich hier nicht um Hita noch um Dark kümmern und kann jetzt hier... Ist das ein SP-Pass? Möglicherweise. Es wird ein Link 2 auf jeden Fall werden. So ist es. Du hast es richtig vorausgesagt. SP kümmert sich um Refrain im Friedhof. Aber da wird wohl nicht mehr so viel mehr danach bei rumkommen. Oh ja. Ich glaube, bald haben wir alle Betonungen, die man haben kann für Refrain, durch. Aber jetzt wird der Zug auch abgegeben an Joshua. Und der hat da noch einige Karten. Der hat zwar drei investiert, aber er hat noch drei Karten, mit denen er spielen kann. Wir haben noch keine Ostinato gesehen zum Starten. Wir haben einmal First Movement Solo gesehen. Und da ist erstmal Desires eine der wirklich besten Karten im Spiel. Aktiviert sie, zieht zwei Karten. Ist so unglaublich stark. Werden wir es jetzt endlich sehen. Wird Ostinato resolved? Das ist hier die Frage. Joshua Schmidt natürlich auch eine persönliche Verbindung zum Topf der Begierden. Denn damals in seinen 60-Karten-Decks, mit denen er auch YCS es gewinnen konnte, hat er natürlich auch schon den Topf der Begierden gespielt. Damals in Palio zum Beispiel. Natürlich. Aber jetzt hier wird es die Normalbeschwörung. Refrain ist immer noch ein One-Card-Starter für die Melodie. Und Henrik überlegt gut. Ja, da sind noch zwei Karten in der Hand. Da ist eine Karte verdeckt. Da kann noch so einiges sein. Tempel wird jetzt erstmal aktiviert. Gut gespielt von Henrik, um sich da... Okay, da haben wir noch eine Karte direkt. Und die Unbeständigkeit. Ja, das gefällt mir auch, weil man jetzt durch den Pappel sich nochmal Follow-ups suchen kann für den nächsten Zug. So wird es gemacht. So ist es auch in der Praxis jetzt der Fall. Refrain allerdings auch mit 1600 Angriffspunkten genau am Start, um gegen SP kleine Ritterin anzustinken. Allerdings, das wäre ein komplett gleicher Zweikampf. Und von daher schauen wir jetzt mal. Henrik, hart ist seine Unbeständigkeit genutzt. Aber einmal mehr war da eben nicht Ostinato. Kein einziges Mal konnte Joshua bis jetzt diese Karte resolven. Diese Karte, die das Deck jetzt so unglaublich stark eigentlich macht. Das Herzstück des Decks. Und die kann er einfach hier nicht aktivieren. Die kann er nicht finden. Fühlt sich schlecht an, Mann. Aber wir sehen jetzt erstmal einen Crash in die SP. Okay, kleine Ritterin kann ich mir vorstellen. Nein, wir rennen über Pappel. Und Pappel wird direkt wieder die Möglichkeit haben, sich zu aktivieren. So ist es. Und wir packen uns die Snaker Diabels da wieder in die. Die Karte ist so unglaublich gut. Sauber- und Feinkartenzone. Joshua in der Mainphase 2 setzt eine Karte verdeckt. Und muss abgeben. Das gibt es doch nicht. Er ist da jetzt wieder in der Bredouille. Darf einfach wirklich nicht spielen. Und es ist wieder die Rivalität der Kriegsherrin. Die Rivalität der Joshua Schmitz scheinbar jetzt hier. Er hat tatsächlich jetzt wieder diese unglaublich starke Karte gefunden. Und die ist nicht nur, wenn man anfängt, stark. Sondern auch, wenn man als Zweites dran ist. Wenn der Gegner schon ein Kriegermonster auf dem Feld hat. Das gibt es doch. Und jetzt vor allem ist die Frage... Den kann man noch loswerden jetzt als Reaktion. Kann man? Also den Krieger kann man loswerden. Das ist richtig. Stimmt, stimmt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was man denn so mit einem Typen Monster anfangen kann im Schlangenaugendeck. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so viel. Naja, wir könnten Pyromonster aufs Feld bringen. Das ist richtig. Die dann da zusammen mit dem Tempel ja auch schon einiges an Angriffspunkten zusammenbringen könnten. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber Henrik... Vor allem Henrik wird ja auch... Eine Karte, die ich sehen könnte, wäre vielleicht der Kosmoszyklon. Weil der Kosmoszyklon, das ist eine Karte, die kann man sowieso gegen Pendel-basierte Decks auch mal reinzeigen. Die willst du vielleicht sowieso haben gegen das musikalische Deck. Von daher, so eine Karte, die wäre möglich. Aber, die muss man natürlich auch erstmal ziehen. Von daher, schauen wir mal, wie Henrik das Ganze jetzt hier angeht. Er wird erstmal ein weiteres Mal Leuchtfeuer aktivieren, um sich wieder die Esche zu suchen. So, dann will ich doch jetzt erstmal... Mal gucken. Okay, banish it until the end is. Das heißt, der Refrain wird nicht zurück spezialbeschworen. Bedeutet also, dass Refrain sich dann nicht direkt Kapplet auf die Hand nehmen kann. Und jetzt gucken wir erstmal. Pappel aktiviert sich auch sofort. Wir haben da ja noch... Wir kriegen da ziemlich viel Schaden zusammen, ehrlich gesagt. Ich denke, wir sind nämlich auch. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Henrik hier vielleicht sogar genug Schaden zusammen bekommen könnte. Wenn man hier welche holen kann, kann man noch eine Pappel zurückholen. Das Ding ist, er hat dann vier Monster auf dem Feld, die alle ganz knapp unter 2000 Angriffspunkten sind. Genau so ist es. Und wenn man mal genau zusammenrechnet, dann kann das nicht 8000 ergeben. Wahrscheinlich nicht. Es müssten schon fünf Monster werden. Aber vielleicht ist da ja auch die Möglichkeit da. Vielleicht könnten es sogar in der Summe fünf... Da sind wir jetzt bei vier. Schau es dir an. Und ist da jetzt auch noch irgendwie eine Möglichkeit für ein weiteres Monster? Ja, Henrik sitzt da jetzt erstmal. Es sind noch 20 Minuten zu spielen. Das heißt, Zeit ist erstmal kein Thema bei den beiden. Und das sieht mir ganz so aus, als ob wir da noch 7200 Angriffspunkten beenden würden. Oder sind wir bei 1.9 bei denen? Wir sind in der Battle Phase. Wir haben es gesehen. Joshua hat es zum Zettel gegriffen. Hat ein bisschen mit einem kleinen... Mit Schnappatmung. Mit Schnappatmung. Aber mit einem kleinen erleichterten Blick auch da die Zahl von, glaube ich, 800 aufgeschrieben. Also er hat auf jeden Fall noch einen weiteren Zug hier. Oh, sogar 400 sind es nur geworden am Ende. Und Refrain kommt zurück. Die kleine Ritterin kann natürlich nicht zurückkommen. Dadurch, dass da jetzt sich für Pyromonster stattdessen entschieden wurde. Und ja, ich glaube tatsächlich, genauso ist die Interaktion. Sie versucht zurückzukommen. Merkt, sie kann es nicht. Oh! Oh, das ist aber auch gefährlich. Also jetzt haben wir nicht nur extrem wenig Life Points. Nein, wir haben auch noch extrem wenig Deckkarten. Das ist der zweite Topf der Begierden, der aktiviert wurde. Und wenn wir jetzt Ostinator hätten, crashen kannst du dann nicht mehr so besonders viel. Du kannst dir noch 200 Schaden nehmen, wenn du in einen Pappel reinrennst. Aber dann wird es auch extrem eng. Das heißt, das wird jetzt erstmal interessant. Aber Joshua, ich glaube, er bewegt sich auf sehr, sehr entspanntem Grund, wenn er erstmal irgendwie dazu kommt, in einem Bacher zu gehen. Ein großes Monster, was größer ist als diese ganzen Monster, die ihn da gerade angucken. Er muss irgendwie ein Monster aus Feld bringen, was einfach mehr als 2000 Anglospunkte hat. Das ist das einzige Problem. Oh, wir gehen in die Battle. Wir crashen in Pappel rein. Jetzt sind wir auf 200 Lebenspunkte. Wow, das ist natürlich... Hat der Ostinator. Kann er endlich ostinaten? Aber vor allem, ich meine, mit so wenig Karten im Deck ist ja Ostinator auch gar nicht mehr so schön. Aber tatsächlich ist es, Ostinator, endlich. Joshua, nur noch ein paar Karten im Deck. Aber reicht es doch für eine Fusionsbeschwörung, ist die Frage. Na, da wird erstmal ein ordentliches Riff aufs Parkett gelegt. Ja, hier erstmal ein schönes Gitarrensolo. Oh, da wird geguckt. Nein, nein, da ist noch ordentlich was da. Ostinato. Da ist Soprano und auch Couplet benutzt worden. Und wir können endlich Bacher beschwören. Das kann die Karte sein, die jetzt hier eigentlich im Alleingang. Zusammen mit der Rivalität der Kriegssender-Spiel hier für ihn sichern kann. Ja, und jetzt wird erstmal... Da wird jetzt die Bacher in Angriffsposition doch beschworen. Und die kann jetzt erstmal noch was aus dem Deck beschwören. Eine Frau möchte sich in die Zauber- oder Fallenkartenzone setzen. Da ist die Effektverschleierin. Einmal mehr. Henrik gibt das hier nicht auf. Der will da rein. Der will sich da reinbeißen. Es ist 200 Lebenspunkte. Ist er davon entfernt, um den großen Joshua Schmidt im Featured-Match zu besiegen. So ist es. Eine weitere Karte wird verdeckt gesetzt von Joshua. Und es geht wieder rüber zu Henrik. Und stell dir vor, ein einzelner Kosmoszyklon oder sowas kann es natürlich jetzt hier auch schon wieder sofort komplett auf den Kopf stellen, das Ganze. Direkt. Oder ein Foxy. Aber den könnte man nicht benutzen. Das ist sehr, sehr schade. Das sind nämlich Pyromonster und keine Cybertmonster. So ist es. Ich denke das schon wieder in meinen alten Lines. Die Frage ist, kannst du irgendwas mit der Esche oder der Eiche anfangen? Nein, ich glaube nicht. Kurz kommt man irgendwie dazu, zwei seiner Monster vom Spielfeld zu entfernen, um dann den Effekt von Esche oder Eiche anzusagen und einen Flambergdrachen zu beschwören. Das wäre vielleicht ein Weg. Das könnte ich sehen. Das könnte funktionieren. Flambergdrache von der Hand Tribut setzen. Die Frage ist aber so langsam auch, sind da überhaupt noch groß viele Ziele? Oh, das kann natürlich auch ein Weg sein. Das ist eine interessante Zone da für die Karte, die da verdeckt gesetzt wird. Das könnte eine unendliche Unbeständigkeit sein. Wer weiß. Ja, das könnte man vermuten. Die Position lässt das auch vermuten. Und da ist jetzt erstmal Kaplett. Und auch wenn wir gerade gesagt haben oder gesehen haben, dass da nicht so viel gekommen ist nach der Effektverschleierin, da können wir jetzt erstmal ordentlich pendeln. Und da kommt Schopina aus Feld und das ist auch direkt schon die Pendelbeschwörung, denn sonst wäre dieses Monster schwer normal zu beschwören mit Level 7 dort gerade. Und wir suchen, wir nehmen uns aus dem Friedhof dann dort jetzt Sonata zurück auf die Hand. Die hätte Henrik gerade gebraucht, dann hätte er nämlich zwei Monster-Tribut opfern können für einen Tributsetzer. Sonata, ja. Darf jetzt noch eine Karte auf die Hand zurücknehmen. Ich finde es wirklich wagemutig von Joshua Schmidt jetzt hier gerade, wie er nach und nach Monster in andere Positionen beschwört mit 200 Lebenspunkten. Das ist wirklich ein Tanz hier auf Messers Schneide, aber natürlich mit so einem musikalischen Deck lässt sich es ja auch gut tanzen, auch auf Messers Schneide. Also von daher schauen wir mal, ob es hier wirklich noch nach Hause bringen kann. Das ist richtig. Gehen wir jetzt erstmal in ein Link 2 mit Soprano und Bacher, damit man... Nein, wir gehen in die Battle Phase und das ist sehr interessant. Da rennen wir jetzt erstmal über die Esche. Und da stellt sich mir doch die Frage, ob man nicht gleich auf zwei Monstern enden könnte. Weil das wird genau nur zwei Monster überrennen. Soprano hat er nämlich gar keine Angriffsbewandtnis hier in dieser Battle Phase. Die Frage wird aber auch sein, hat Henrik überhaupt noch ein Ziel im Deck außer Flammelstrachen? Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, da könnte vielleicht noch eine Pappel sein. Weil du musst ja ein legales Ziel im Deck haben, was du beschwören könntest. Das ist absolut richtig. Und dann, wenn da eins wäre, kannst du dann auch tatsächlich den Flammelstrachen stattdessen beschwören. Aber das ist sicherlich auf jeden Fall eine Frage, die sich gestellt werden muss dann dort. Und das werden wir auch irgendwann noch rausfinden. Aber Joshua ist da erstmal noch fröhlich weiter. Oh, das sieht mir so aus wie ein Linksdreier. Oh, das sieht mir so aus wie ein Linksdreier. Was wird es denn hier? Das könnte... Es ist eine Fusion, natürlich Soprano, kann nämlich einfach fusionieren vom Feld. Das habe ich ganz vergessen. Ja, das wird die Bloom Diva, the Melodious Chor sein. Choir. Okay, das ist ein englisches Wort für Chor. Absolut. Ey, gern geschehen. Aber warte, nein, das ist sie nicht. Nein, 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 das ist nicht die... Nein, hast du absolut recht. Das ist tatsächlich die... Ist das? E2, das ist E2. Ja. Die Flowering at Wall. Und das ist tatsächlich die Möglichkeit, Karten auf der gegnerischen Seite oder auch Karten auf der eigenen Seite, wenn wir das wollen, zurück auf die Hand zu geben. Ja, aber selbst das, also so eine Eiche willst du wirklich als letztes auf die Hand geben. Ich denke, ich meine, da liegt jetzt auch kein Monster mehr, das du überrennen kannst. Die sind in Verteidigungspositionen beide. Denn die Bacher hat ja die Schuberta wieder reingespecialt. Die wurde ja mit weggelinkt und dann hat Bacher gesagt, ich darf die jetzt in Verteidigungspositionen aus dem Friedhof spezialbeschwören. Und da sind die Lebenspunkte von Joshua Schmidt wieder beschützt. Er hat mir gerade auch ein bisschen Angst gemacht mit der Soprano. Die hat aber diese Rivalität der Kriegsherren, die arbeitet wirklich für ihn. Und da kann, Henrik sitzt jetzt da und denkt sich auch, boah, da kann ich irgendwie nichts gegen machen. Aber er hat immer noch die unbeständige Unendlichkeit. Und wenn sie es denn ist, es kann ja auch nur ein gut gemeinter Bluff sein von Henrik, wer weiß. Aber da verbaut man sich ja richtig was mit. Wenn man da einen Bluff reinlegt in die Zone und dann später die Unbeständigkeit zieht, dann ärgert man sich richtig. Aber es ist ja erstmal noch Joshuas Turn. Also man könnte die Unbeständigkeit ja benutzen, aber will man hier an der Stelle gar nicht auf Hendriks Seite. Da kommt jetzt auf jeden Fall dann auch erstmal Schuberta dazu, richtig. Wir haben es also jetzt nach langem Hickack ist es dann endlich soweit, gefühlt in Zug 8 dieses letzten Spiels, dass er dann doch seine zwei großen Fusionsmonster aufs Feld bringen konnte. Es ist, es hat lange gedauert, aber die tatsächlichen Win Conditions abseits von der Rivalry of Warlords ist dann doch endlich auf dem Spielfeld. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Und da wird jetzt erstmal die dreifache DD-Krea angesagt. Wir nehmen sowohl Original Sinful Spoils als auch Esche und Ohr. Okay, das sind erstmal die Ziele, glaube ich. Und da kann jetzt vielleicht von Hendrik noch drauf reagiert werden, aber nein, es wird wohl genauso passieren. Wir verbannen auch unsere beiden Monster erst einmal bis zur Endphase, aber die kommen natürlich wieder dann. Ja, da wird man schon noch ein bisschen nervös, wenn man sieht, dass das Feld gerade leer ist. Vielleicht ein bisschen Hoffnung von Hendrik. Da sind sie schon wieder. Ich glaube nicht zu viel. Da ist Schuberta die Etoile wieder. So, was kann Hendrik jetzt machen? Kann er Flammberg-Plays auspacken? Die Flammberg-Technologie? Also ich meine, mit der unendlichen Unbeständigkeit sieht das Ganze hier schon deutlich gewinnbarer aus für ihn. Wenn da noch was lösen wird. Absolut. Da bin ich ganz bei dir, weil wenn man jetzt hier die Etoile negieren kann, wenn das eben diese unendliche Unbeständigkeit ist, dann muss man sich nur noch mit der Schuberta herum plagen, die ist zwar nervig mit ihrem Dreifach-Didi-Crow-Effekt, aber durchaus überwindbar, wenn du mich fragst. Das, da würde ich dir komplett zustimmen erstmal, wenn es denn die unendliche Unbeständigkeit ist. Jetzt wird sich natürlich erstmal durchgelesen, wann kann die Etoile verwendet werden. Würde es mich stören, wenn ich jetzt einfach die Impermanence aktiviere und die Etoile sich dann direkt verbannt. Denn da muss ich auch mal erstmal gucken. Naja, dann soll sie sich verbannen, aber die kommen dann auch erst in der Endphase zurück. Von daher. Das Ding ist, wenn du jetzt Impermanence aktivierst, auf eine der beiden, dann kann Etoile die Karte direkt verbannen und die Impermanence wird nicht resolven. Das ist das Problem, du hast absolut recht. Und er kann sich auch entscheiden, nur eine einzige Karte bis zur Endphase zu verbannen. Ja. Und es ist tatsächlich die unendliche Unbeständigkeit. Genau so ist es. Und wie können wir das Ganze jetzt hier angehen? Ein Joshua Schmidt wird doch wohl diese Interaktion sehen, die du ja gerade auch gesehen hast. Ja. Wir ketten den Effekt von Etoile an. Ja. Auch der Effekt von Schuberta wird benutzt, bevor sie das Feld hier verlassen wird. Wir nehmen die ganzen Level 1 Feuermonster und auch die kleine Ritterin da raus. Kann auch nochmal benutzt werden irgendwann. Und jetzt geht die Schuberta da ganz schnell flöten und hier wird nichts unendlich, unbeständig negiert. Gar nichts. Rein gar nichts. Etoile sitzt da. Natürlich hat man jetzt auch nicht wirklich einen großartigen Vorteil durch einen Bounce oder sonst was gemacht. Aber vor allem die Etoile, die ist ja doch eher schwach auf der Brust. Aber da können wir nicht übernehmen. Ja. Wir können nicht übernehmen. Naja, die Rivalität der Kriegszeit immer noch da. Also bei zwei Karten ziehen, vielleicht endlich mal den Kosmos-Zyklon ziehen. Da sind schon Karten im Deck von Henrik, die da noch ordentlich was bewegen könnten. Aber die Etoile, die hat halt nur 1500 Verteidigungspunkte. Und hat aber auch einen Friedhofseffekt natürlich. Kann jetzt aus dem Extra-Deck ein weiteres Monster beschwören. Von daher ist es nicht so schlimm für Joshua, dass er hier die Etoile verliert. Und hätte man da vielleicht noch eher versuchen müssen, in eine Flamberge-Line reinzugehen. Und wir beschwören ein weiteres Mal Bacher aus dem Extra-Deck. Bacher kann jetzt noch ein weiteres Monster holen. Wenn wir da noch eine Aria im Spiel haben, im Deck haben, dann können wir uns da noch mal richtig absichern tatsächlich. Ist da aber noch eine? Nein. Ich glaube, die wäre hier gekommen. Wahrscheinlich in den 20 Karten, die Facedown verbannt sind. Genau. Viele Karten sind da nämlich gar nicht mehr im Deck vorhanden. Wir sehen, es ist ein kleiner Stapel, der da rüber gereicht. Es sieht aus, als wären es eine Handkarten, die da einmal gecuttet werden. Aber es sind irgendwie fünf, sechs Karten noch in seinem Deck jetzt. Wir beschwören Refrain. Wir haben noch mal Sonata gesucht. Und Henrik. Oh, ich dachte schon, es kommt jetzt der Kosmos-Zyklon. Aber nein. Es sind zwei weitere verdeckte Karten. Und es sieht so aus, als wenn vielleicht eine weitere oder andere Unbeständigkeit dabei ist. Aber den Kosmos-Zyklon, den hätten wir vorher irgendwann schon mal gesehen. Der wäre mit dem Talent der drei Taktiken zusammengekommen. Oder weit vorher, das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, um zum Beispiel die Etoile oder eine Schuberta zu annulieren. Dann wäre die eben permanenz darauf geflogen. Und man hätte vorher mit dem Kosmos-Zyklon die Rivaly rausgenommen. Die gewinnt Joshua hier wirklich. Das zweite Spiel schon mal. Und im dritten sitzt er auch weiter auf der Rivalität der Kriegsherren. Primär hätte ich gedacht, dass er sie vielleicht über das Talent der Taktiken dann gezogen hätte. Aber das war dann wohl nicht der Fall. Und jetzt ist es eben wieder an Joshua. Und es ist halt wirklich, wenn du deine Monster jetzt in Eingangspositionen drehst, das tut er erst mal nicht. Er scheint hier erst einmal in eine, tatsächlich jetzt doch Link-Beschwörung zu gehen. Das ist natürlich jetzt wirklich gefährlich. Denn wenn du in eine Link-Beschwörung gehst, Link-Monster, kannst du einfach rein von der Spielmechanik her nicht in Verteidigungspositionen drehen. Das heißt, du setzt dich hier so ein bisschen, auf jeden Fall, den Gegner aus zumindest. Das ist absolut wahr. Und da man um Anima rumgespielt hat, tatsächlich blockiert man sich einer jetzt so. Und jetzt werden die Kräfte geraubt. Und das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr enges Playing-Field. Weil, also Henrik darf nicht viele Karten ausspielen. Und Joshua hat keine Effekte. Also ich meine, Henrik auch nicht. Aber ich glaube, jetzt wird es wirklich spannend, weil die gute alte Blumen haben. Das hat halt tausend Angriffspunkte. Und wenn die da so liegen bleibt, dann wird das zum Problem. Zum großen Problem sogar. Was hat der Joshua da noch für Antworten? Was kann er hier noch weglinken? Was darf er überhaupt noch beschwören? Welches hochrangige Link-Monster kann er benutzen, das Angriffspunkte hat hier, das eine Fee ist? Ich glaube, da gibt es ein Extradeck gar nicht mehr viel her. Ich schaue einmal drüber. Aber da sind, was Feen angeht, glaube ich, gar keine mehr zu finden im Endeffekt. Henrik zieht sich. Okay, hier wird jetzt erstmal ein Link gebaut. Oh, doch, tatsächlich, da haben wir noch Protector of the Agents. Aber, ja, sie ist tatsächlich beschworen worden. Moon, der Mond hat es auf Feld gebracht. Und aktiviert jetzt, glaube ich, auch den Effekt. Ja. Aktiviert den Effekt und hat sich dadurch selber dann vom Feld genommen. Stark. Wirklich, direkt die Angriffspunkte-Situation gedribbelt. Wir zerstören auch noch den Tempel. Die Sache ist, er hat 2000 Lebenspunkte gerade dafür aufgeben müssen, der Henrik. Trotzdem ist er lebenspunkte-technisch halt eben noch vorne, sogar weit vorne. Und es sind nur noch knapp sieben Minuten auf der Uhr. Von daher, wer weiß. Also, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wer hier dieses Spiel gewinnen wird. Die Frage ist halt auch... Oh, Pendelbeschwörung! Spindet hier Start 1 in die extra Monsterzone. Die beiden aus der Hand können aufs Feld gebracht werden. Sonata erhöht alle Angriffspunkte hier auf dem Feld. Tut sie nicht, da ist ein Kräfteraum. Absolut, du hast recht. Trotzdem ist das jetzt hier vielleicht, dadurch, dass wir die Spielballzauberkeit zerstört haben. Das stimmt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Mit ganz so einem Geschaden. Ja, 1100 Angriffspunkte hätten hier wirklich geholfen. Da würde man auf jeden Fall auf einem der Monster den Spielzug überleben. Den Spielzug wird er sowieso schaffen. Aber die Frage ist halt, kommt Henrik da nochmal zurück? Er ist selber unter der Restriction von Rivalry of the Wallet. Pappel bleibt da liegen. Und dann, da sind jetzt ganz viele Monster in Angriffspositionen. Das gibt mir ein unbehagliches Gefühl auf jeden Fall. Ich würde mich gerade als Joshua gar nicht sicher fühlen, wenn da jetzt ein Monster kommt, was irgendwie auch nur leicht größer ist als 1200 Angriffspunkte. Aber was soll denn da kommen? Er hat extra Pappel liegen lassen, damit das Pyromonster da überhaupt nichts... Damit er keine Pyromonster holen kann. Keine Nicht-Pyromonster holen kann, weil die Pyromonster mal extrem wenig Angriff hat. Der hat keine Möglichkeit, den Tempel nochmal zu recyceln. Ja, aber stell dir vor, man greift jetzt mit dem Pappel an, zerstört die Pappel in der Battle Phase, aktiviert er einfach so ein bisschen Magna-Mut. Zack, dann ist es vorbei. Das wäre doch wirklich ein Szenario, was man sich nicht vorstellen möchte auch noch. Dann ist es so. Aber drei Deckkarten, der fächert sich da gerade nochmal auf. Drei Deckkarten auf Seiten von Joshua Schmidt. Oh, das ist die nächste Win-Contition für Henrik. Er kann das Spiel einfach vielleicht aussitzen. Ist das eine Möglichkeit für ihn? Deshalb hat Joshua auch alle seine Monster so mutig in Angriffsposition gelegt. Da kommt gleich eine Black Witch und die hat Stats. Die hat ordentlich Angriffspunkte. Wir suchen uns die schwarze Hexe. Aber wir waren ja schon in der Battle Phase. Aber wir können sie einfach beschwören und dann kann sie uns beschützen vielleicht. Dann kann sie uns durch die drei Deckkarten, die Joshua da noch hat, irgendwie über die Zeit retten. Das ist wirklich ein kompletter Schatz. Und sie kann auch den Tempel recyceln. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und wir recyceln aber stattdessen erstmal hier Original Sinful Spoils, ziehen eine weitere Karte. Und natürlich auch immer noch ein Faktor ist, vielleicht ziehen wir auch endlich mal diesen Kosmos zu klonen. Die kann den Tempel wirklich nicht resetten. Ach, kann sie nicht stimmen? Nein, die kann nur eine Sinful Spoils Karte aus dem Deck setzen. Nein, nein, ich meinte Wanted, aber das funktioniert glaube ich tatsächlich auch nicht. Nein, nein, das ist auch eine Original Sinful Spoils Karten. Oder halt nur eine Sinful Spoils Karten. So, Joshua, ich finde es schön, wie er uns sein Deck präsentiert. Die beiden letzten Karten, die da noch liegen. Bedeutet, er hat jetzt diesen Zug, einen weiteren und dann noch einen, um das hier für sich zu entscheiden. Er braucht eine wortwörtliche Axt der Verzweiflung hier gerade. Die wird das Spiel wahrscheinlich herumreißen. Du hast absolut recht. Er muss einen Monster finden mit mehr oder zumindest 2500 Angriffspunkten wird er dazu in der Lage sein. Vier Minuten hat er dafür noch auf der Uhr. Und, oha. Wir müssen unsere Monster in Verteidigungspositionen drehen. Dieser Spielzug scheint es schon mal nicht zu sein, indem er es rumdreht. Nur noch zwei Deckkarten verbleiben. Henrik, kann er wirklich hier? Das ist ja ein Finale. Das ist ein wahnsinniges Duell. Wirklich. Wir greifen über Schuberta an. Angriffspunkte werden weggenommen. Die Schuberta liegt jetzt im Friedhof. Da macht die gar nichts mehr. Hat sie auch nicht mehr viel gemacht. Die Hälfte aller Deckkarten hat Joshua gerade in der Drawface gezogen. Hat da nur noch eine Sitzen. Gibt direkt wieder ab. Es geht zurück auf Henrik. Henrik, der weiß ganz genau, ich brauche hier nicht mehr lange warten. Dann gewinne ich eventuell durch Deckout gegen Melodius. Wann gab es das das letzte Mal? Ich würde mal überhaupt noch nie. Das ist der Handshake. Joshua Schmidt verliert im Deckout gegen Henrik, der sich wirklich zurückgekämpft hat gegen die Rivalität der Kriegsherren. Was für ein unglaubliches Spiel. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf eine solche Art und Weise einen Deckout gesehen habe. Klar, man sieht ab und zu bei Rune-Strategien, dass da irgendwie das relativ schnell gemacht wird. Aber wirklich mit einer Dramatik da am Ende. Karte für Karte für Karte. Es war ja wirklich nicht... Ich habe es nicht ausgehalten. Ich wollte dich in seine Haus stecken. Und er hat es echt nicht mehr geschafft. If you can't beat them, join them. Du stoppst mich hier vom Spielen mit deiner Rivalität der Kriegsherren. Und ich werde dir die Kräfte rauben. Ja, die beiden Floodgates, sogar in derselben Zone, haben sich gegenüber angeguckt und haben gesagt, ey, weißt du was, hier spielt einfach keiner mehr von uns. Und dann kam Wanted. Er hat gesucht. Er hat gesucht nach einem Monster, das über 2400 Angriffspunkte hat. Und er hat es gefunden. Es war die Diabels-Double-Eckout. Was für ein Spiel. Also wirklich, es geht gar nicht in meinen Kopf rein, was wir da gerade gesehen haben. Natürlich unglaublich gut für Henrik. Der ist jetzt mit einem super guten Score nach Tag 1. Kann er entspannt sich ins Bett legen. Und auch natürlich ein Joshua Schmidt ist nicht raus aus dem Turnier. Er ist immer noch, wenn er morgen seine beiden Runden gewinnt, ganz sicher mit dabei im Top-Cut. Muss er aber jetzt dann auch tun. Also er ist jetzt in der Bringschuld. Also da muss er auch ein paar Mal öfter Rivalität der Kriegsherren ziehen. Die Karte war nämlich unfassbar gut. Die hat sehr, sehr stark geholfen gegen eine Schlangenaugen-Strategie. Aber Dominik, und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen bei den Duellanden. Der hat sich da nicht unterkriegen lassen. Und manche Spiele hätten gesagt, da kann ich jetzt schon wieder nichts machen. Ich habe Game 2 gerade verloren. Die Leute applaudieren hier schon für Dominik. Ich kann hier schon wieder nichts machen, Mann, und sich da nicht mehr konzentrieren. Er hat gekämpft bis zur letzten Sekunde. Und er hat einfach die ganze Zeit mitgenommen, hat Joshua ausgewartet quasi. Und hat dann gesagt, ey, zweimal Topf der Begehren, da warst du wohl zu gierig. Dem Druck musst du ja auch erst mal standhalten, wenn dir die ganze Zeit so ein Joshua Schmidt ins Gesicht schaut. Und du sagst jedes Mal, ja, mach mal, probier mal nochmal. Jetzt nochmal du. Und dann machst du. Ich würde zusammensinken in meinem Stuhl und sagen, okay, dein Spiel. Nimm, nimm, ich versuch's nochmal. Ist sogar schon mal passiert, ich war dabei. Nee, also das war wirklich eine absolute Glanzleistung von Dominik. Und da finde ich, kann er auch sehr stolz drauf sein. Jetzt muss er morgen quasi nur noch eine Runde holen, um sich für den Top-Cut einzulocken. Das ist auch eine extrem gute Sache. Damit kann man doch sehr entspannt ins Bett gehen. Absolut. Apropos morgen, ich würde sagen, wir beide verabschieden uns auf jeden Fall schon mal für heute. Denn das war unsere letzte Runde. Aber natürlich geht es nochmal rüber zu Maria Mina und unserem letzten Gewinner des Tages, zu Hendrik. Also lass uns nochmal vom letzten Gewinner hören. Hendrik und Mina fürs Gewinnerinterview und danke fürs Zuschauen von unserer Seite schon mal. Dankeschön, Sebastian. Dankeschön, Leonard, fürs Weitergeben. Das war eine phänomenale Runde. Das habt ihr auch echt wunderbar gecastet. Ihr habt mich voll mitgerissen. Und ich habe, Hendrik, jetzt neben mir, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Das war ja fast kein Krimi mehr. Das war ja ein Thriller, den ihr da hingelegt habt. Was ging in deinem Kopf vor? Also, ich habe schon, Game 3 habe ich schon abgeschlossen eigentlich, nach dem Y-Reilly. Ich habe halt, eigentlich habe ich nur Glück gehabt, dass er nicht gut gezogen hat. Der zweite Topf musste er machen, aber ich glaube auch nicht ohne Deckout wäre das auch nicht weiter oder vor oder rückwärts gegangen. Wäre einfach auf der Stelle geblieben. Ja, auch einfach, komm gerne noch mal näher zu mir. Ich beiße nicht so. Du kannst gerne näher zu mir kommen. Ja, einfach tatsächlich gewonnen durch Deckout. Das ist ja auch so eher seltener der Fall. Generell trotzdem gut gespielt, gut gezogen, kühlen Kopf bewahrt. Wie sehr hast du aber geschwitzt? Also, ich dachte, ich habe gewonnen. Ich habe gehofft, dass nur Impem oder irgendwas tot ist. Dann kam das Y-Reilly. Dann habe ich eigentlich schon abgeschlossen, aber ich habe mir halt gemerkt, einfach draufhauen. Habe ich halt alle, die ich beschwören kann, beschworen. Und halt einfach gehofft, dass es reicht und er nichts hat. Und im Endeffekt hat es ja auch funktioniert. Ja, also wirklich die Wand, die dann am Ende, die Mauer, die da immer noch aufgebaut wurde. Man hat auch gesehen bei dir, oje, was passiert hier? Was kann ich spielen? Wann soll ich wie drauf reagieren? Aber ich meine, im Endeffekt hat es funktioniert. Du hast gegen Joshua gewonnen. Das ist auch, glaube ich, generell bist du wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, überhaupt erst in das Ganze reingegangen, oder? Ja, also damit gerechnet habe ich nicht. Ich habe mit dem Deckbau gestern Abend angefangen. Also wie jeder gute Spieler habe ich alles geklaut. Aber es beweist ja, man muss sich keine Gedanken machen. Man muss nur an das Herz der Karten glauben, ja. Und damit hatten wir, wie gesagt, auch jetzt die letzte Runde hier mit Henrik und Joshua. Für heute ist erst mal vorbei. Ab morgen geht es wieder weiter. Um 9 Uhr haben wir erst zwei Runden Swiss Round und dann geht es in die Top 64. Ich wünsche dir auch weiterhin Erfolg dabei. Allen anderen auch. Euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 9 Uhr. Und wir sehen uns die nächste Nummer mal. Ja, ich glaube wir multiplier. Und wir sehen uns dann auch bei venom серь 죄송 서�kass zu lassen.